ja viele mit der hoffnung ran ich kann mir den drop schnappen weil geht ja keiner hin die beute ist auch so hoch das heißt alle anderen gehen raus wenn der rucksack voll ist und ich bin dann alleine auf der map wenn ich mir den drop schnappen will so ist die frage für eine lila eine kiste müsste ich denn den tresor im damm aufmachen sollen wir zuerst zur komstation hier rechts allerdings im ball dran eventuell eventuell vergiften oder irgendwie so können wir vorstellen ich bin mal hier kann auch erst wollen hier ist einmal auf dem damm ist einer fast auf der 1 wo ich markiert habe ja trop vergiften ist so eine sache wenn wir uns wenn wir uns den drop selber holen ist es blöd na ja schon klar aber wenn die schon ziemlich ein team die chance hoch ich überleg mir das doch mal wir gehen den gefeinigung oder gepenken fragt er kann der auf dem damm sein wie gesagt das ding klar machen wäre eine lila kiste für mich und ganz viel xp aber da rein zu gehen wenn da eventuell noch wer anders drin ist und die eventuell maschinengewehre haben und da ist auch schon wer also gehen wir hier hin und ich wollte ja das sehr große jetzt noch dünger ja also vergiften ja ich denke dann habe ich so ist ein pain möglicherweise ja es ist die frage was man stört und stört um noch aktivieren dass sie denken okay wir sind hier dann brauchen wir in andere richtungen also die die gepäht haben werden denke ich mal die wollen sich für den abruf zu sich geholt haben ob ich mal hängt der prima bevor ich hier ausmachen er ist immer noch eine halte direkt ressort gebiet shit zu spät zu spät egal jedenfalls die denken jetzt wir sagen ja aber könntest du ja auch schön beim damm runter rutschen wenn du willst container ist übrigens schon auf keine hits ich werde die aufstehen dass sie glauben wir sind da einlaufen im moment noch sehr kein weil das ist ja noch störse naja aber so wir haben ja weckzeit haben sich entfernen sollen ja noch mal abhängen schüsse das ist aber glaube ich bei den häusern da habe ich gemörsert habe ja wohl einer hat den abwurf auf dem damm im damm hat einen abwurf sehr schön er hat er muss raus laufen da wird sich jetzt alles nach oben zirkulieren ok da ist gerade mehr lang gelaufen hier ok ping dreht sich wieder der damm typ kommt aber nach oben den fange ich mal ab da habe ich auch eine quest hat er wechselt er schafft das nicht raus er hat den jahre schon ein bisschen aber der hat eventuell ist der zweite dabei naja so vielen fall und aber unter so genau gucken wir auf die karte er ist beim störsender jetzt ist beim störsender jetzt ok ermöglicht hier weiter ja läuft jetzt die treppe hoch hier ja habe ich gesehen ach schade ganz rechts ich brauche ich brauche ich brauche den weg ab ein verreicht ja was ist denn hier los kommt jetzt hier gleich den weg lang kommt jetzt hier gleich den weg lang kommt jetzt hier gleich den weg lang tot ja ich glaube nicht dass der alleine war ich auch nicht hast du noch ein ping nee leider das habe ich noch ja da ist er da ist er da ist er jetzt hat er den drin tot ja sauber hast du jod mit hm nope ok ich hätte jod mit das sind sogar die die geboostet haben ja komm komm wo war denn der andere er muss irgendwo auf der kreuzung liegen ok äh von einer anderen position aus kann ich mir den nehmen ja wenn du mir was drin lässt kannst du ok alles ne 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 sehr gut ich lasse dir die waffen dran ich lasse dir die waffen dran also wenn wir wenn wir den anderen hat er dir? nennen wir alles? ja oh danke für die waffe ja war auch dein kill ich muss danke sagen nö den habe ich nicht gekillt achso ja ich habe den anderen gekillt ne irgendwas 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 hat da jetzt nicht gepasst jedenfalls der teamkerl ist auch tot ja so ja ok also wir könnten es tatsächlich versuchen die kisten rauszuschleppen auf eins das könnte man schaffen mein sender wurde vom signaldirektor aufgespürt ja oder wir gehen davon aus dass die sich den dings und zu eins laufen und wir holen uns die dass die uns den zum abwurf schicken weil die wissen ja noch nicht dass er verstrahlt ist die wissen nur dass wir jetzt hier an der ecke sind genau bring man sender genau hast du den drop eingesteckt? ne warum es wird denn nicht mehr eingesteckt? sehr komisch hm hat sich den jetzt wer genommen? ne geht ja nicht oder? ne geht nicht der ist ja nur nur getarnt wenn ihm wer in der tasche hat guck mal dann wirst du es ja merken ja wir werden jetzt ok egal richtung 1 gucken da ist auch der der schatz ist übrigens hier 1 ok oh ja da hat der nächste den dropen bein in die hand safe laufen die zu 1 ja der läuft zu 1 ja ich habe ihn gesehen er ist schon zu spät, ne? er ist schon raus, ne? ne ne ja 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 ziemlich ich habe ihn noch ein paar mal gesehen ja irgendwo ganz oben und raus ist er schade ne er ist nicht raus er ist tot ja ja ich habe ihn erschossen gerade aha ich hole mir auch einen schnellen drop oder ja holen wir schnellen drop wo kommt denn die strahlung? die strahlung kommt leider von der richtung wo wir stehen das heißt so viel zeit hast du nicht mehr ja dann habe ich ja mit jod hast du mit? ja ein stück uuuh l86 du hast mir ja feines zeug mitgebracht ist auch noch ein tape ja ich muss direkt raus ist ja doppelstrahlung ja ich schaue was ich da noch einpacken kann aber ich bin jetzt im aber du schaffst es auch, ne? ja ja sehr schön das war noch eine ist dann auch noch aus der Kiste? ja ein bisschen aber nichts was was ist äh der liegt nicht im Dings der ist kurz wenn er Meter zurück gewesen wäre wäre er im safe Bereich gewesen der ist 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 der ist